Das verlorene Packerl Marcel Heilig Elf Jahre jung Es war einmal ein Tannenbaum, der stand ganz allein auf einem großen Feld. Seine Brüder waren alle schon abgeholt und zum Marktplatz gebracht worden. Nur den kleinen Tannenbaum wollte niemand haben. Er war etwas krumm gewachsen und ein paar Zweige fehlten ihm auch. Die Menschen suchten sich nur die allerschönsten Tannen für das Weihnachtsfest aus. Traurig stand er da und jammerte. Mich will niemand haben. Nie werde ich schön geschmückt in einem Zimmer stehen. Ich bin ja so hässlich. Auf einmal plumps fiel ein Bäckchen auf den krummen Tannenbaum. Ein Engel landete gleich danach und suchte es. Hier ist dein Packerl, rief der Tannenbaum. Da, auf dem Zweig hat es sich verfangen. Nanu, was machst denn du noch hier? fragte das Engel. Der Baum erzählte dem Engel von seinem Schicksal. Gleich flog es in den Himmel und berichtete allen davon. Die ganze Himmelschar machte sich Gedanken über den armen kleinen Weihnachtsbaum. Ja, dem muss geholfen werden, beschloss das Christkind. Sofort schickte es fünf Engel mit Schaufeln zu ihm. Sie gruben den Baum einfach aus. Ja, was macht ihr mit mir? fragte dieser ganz überrascht. Wir bringen dich in ein Dorf, wo eine sehr arme Familie wohnt. Die hatten noch nie einen Weihnachtsbaum. Den Kindern wirst du eine große Freude machen, sagten die Engeln. Sie schmückten den Tannenbaum mit dem schönsten Schmuck, den sie vom Himmelslager mitnahmen. Als sie am nächsten Morgen die Familie den wunderschönen Baum sah, traute sie ihren Augen nicht. Die Kinder sangen mit den Eltern Weihnachtslieder und freuten sich sehr. So ein schönes Weihnachtsfest hatten sie noch nie. Natürlich strahlte der Tannenbaum voller Stolz und im Frühjahr setzte der Vater den Baum vor das Haus. Nun hatte die Familie jedes Jahr ihre Weihnachtstanne. Als sie Angst haben, soll sie jetzt auf? Sp締 Julius. So ein schönes Weihnachten. Insofern ist das andere Million. Das bei